25. Plattform Gesundheit Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen Zwischen Wunsch und Wirklichkeit Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen? Das deutsche Gesundheitswesen ist durch einen Widerspruch geprägt. Auf der einen Seite wird es als eines der besten Gesundheitssysteme der Welt gelobt. Dabei spielen vor allem Kriterien wie Zugang zur Versorgung und Leistungsumfang eine Rolle. Auf der anderen Seite gibt es massive Kritik im Hinblick auf fehlende Transparenz über das Leistungsgeschehen, über die Ergebnisqualität und nicht zuletzt auf die ungleiche Verteilung der Ressourcen. Die Liste der beschriebenen Mängel ist lang. Sie reicht von den Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern, über die fehlenden Informationen über den Impfstatus, bis hin zu Aspekten der kritisierten Über-, Unter- und Fehlversorgung. Die Diskussion um Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen wird bereits seit Jahrzehnten geführt. Doch trotz aller Bemühungen erstreckt sich Qualitätssicherung immer noch zu sehr auf die Strukturqualität. Schon bei der Prozessqualität wird die Datenlage dünner. Endpunktbezogene, von den Patienten ausgehende Kennzahlen fehlen. Es gibt immer noch keine zukunftsgerichtete Strategie, um die Lücken der Qualitätssicherung zu schließen. Doch wo liegen die Probleme im Einzelnen? Qualitätssicherung auf Leistungserbringerseite Für den stationären Bereich hat der Gemeinsame Bundesausschuss GBA Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgesetzt. So wird aktuell die Qualität im Krankenhaus in 15 Qualitätssicherungsverfahren nach der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung DEQS-Richtlinie mit Hilfe von zahlreichen Qualitätsindikatoren erfasst. Auch für den ambulanten Bereich gibt es Qualitätsprüfungsrichtlinien, die Standards für die Erbringung bestimmter Leistungen wie zum Beispiel Atroskopie vorgeben. Dokumentationen sind vorgeschrieben und werden stichprobenartig geprüft. Aber im Gegensatz zum stationären Sektor fehlen im ambulanten Bereich vergleichbare Veröffentlichungen wie etwa einrichtungsbezogene Ergebnisse von Qualitätsprüfungen. Sowohl von Seiten der Krankenhäuser wie der Ärzteschaft wächst dennoch die Kritik am Bürokratieaufwand der Qualitätssicherung. Deren zeitlicher Umfang, so ihr Argument, könne eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten einschränken. Bei der GKV geht die Sorge um, dass der im Koalitionsvertrag angesprochene Bürokratieabbau im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die Effizienz der Qualitätssicherung beeinträchtigen könnte. Dabei besteht eher Nachholbedarf. Für den ambulanten Bereich muss auf Basis geeigneter Parameter die Versorgungsqualität in die Qualitätsbetrachtung einbezogen werden. Zudem fehlt es an Daten, die ermöglichen würden, entlang des Versorgungsweges ambulant, stationär, ambulant, Gesundheits- bzw. Krankheitshistorien auszuwerten. Den Vertragsärzten und den Vertragspsychotherapeuten liegt die Versorgung und die Qualität der Versorgung natürlich selbst sehr am Herzen. Sie ist ihnen eine Selbstverpflichtung. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Vielzahl der Eigeninitiativen im Rahmen der Qualitätssicherung, die die Praxen on top zu den bereits vorgegebenen Regulierungen in der Qualitätssicherung selbst machen. Und das ist übrigens auch nachzulesen im jährlichen Qualitätsbericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Im Zentrum steht dabei stets die permanente Optimierung der Versorgung und somit muss auch jede Weiterentwicklung der Qualitätssicherung die Versorgung immer im Blick haben. Und zwar passgenau und sektorengemäß. Ein standardmäßiges Überstülpen stationärer Schablonen auf die ambulante Versorgung ist nicht möglich. Und würde auch im Extremfall die Gefahr bieten, dass die gute Versorgung im ambulanten Bereich gefährdet wird, anstatt weiterentwickelt zu werden. Und auf Seiten der Krankenkassen? Die Bemühungen um Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen dürfen aber nicht auf einen Leistungserbringerbereich beschränkt bleiben. Auch Krankenkassen sind gefordert, ihrerseits das Qualitätsdenken weiter voranzubringen. Die Versicherten müssen die Möglichkeit erhalten, sich ein Bild von der Qualität der Arbeit ihrer Krankenkasse zu machen. Forderungen hierbei sind, dass die hierfür notwendigen Parameter in gebotener Objektivität erstellt und einheitlich von allen Kassen in gleicher Art und Weise erhoben sowie veröffentlicht werden, damit die Vergleichbarkeit gegeben ist. Für die Krankenkassen ist die Entwicklung dieser Qualitätskriterien ein wichtiger Schritt im Wettbewerb, weg vom qualitätsfeindlichen Preiskriterium, hin zu einer verbesserten, bedarfsgerechten Versorgung. Auch unter knapper werdenden finanziellen Ressourcen. Spannend wird werden, inwieweit die von der Ampelkoalition geplante Neuaufstellung der UPD Möglichkeiten eröffnet, zur Transparenz beizutragen. Die bisher von der UPD jährlich vorgestellten Berichte sind wenig belastbar und geben keinen Aufschluss über das konkrete Leistungsgeschehen einzelner Kassen. Für die Versicherten ist es wichtig zu wissen, welche Leistungen eine Krankenkasse bietet und übernimmt. Deswegen bin ich sehr froh, dass viele Krankenkassen mittlerweile freiwillig Transparenzberichte veröffentlichen. Aus Patientensicht sind jedoch einheitliche Kriterien zur Beurteilung und zum Vergleich von Krankenkassenleistungen notwendig. Deshalb haben wir das auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ich begrüße es daher, dass der GKV Spitzenverband an der Entwicklung entsprechender Indikatoren arbeitet und hoffe, dass diese zeitnah vorgelegt werden. Gesundheitskompetenz bei den Patienten und Versicherten Um Veröffentlichungen zur Qualität der Versorgung überhaupt adäquat verarbeiten und nutzen zu können, müssen die Patienten und Versicherten angemessen mit gesundheitsrelevanten Informationen umgehen können. Jedoch weist etwa jeder Zweite in Deutschland eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz auf, so eine Studie des BMG aus dem Februar 2021. Ihnen fällt es schwer, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden. Seit 2017 gibt es deshalb etwa die Allianz für Gesundheitskompetenz, unter deren Dach 14 Spitzenorganisationen der Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens Kompetenzprojekte umsetzen. Das Bundesgesundheitsministerium hat das nationale Gesundheitsportal aufgesetzt, um den Versicherten verlässliche Informationsangebote zu bieten. 2018 hat ein Expertenkreis den nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz mit vier Handlungsfeldern und 15 Empfehlungen erarbeitet. Diese wissenschaftlich fundierten Angebote konkurrieren mit bestehenden Informationsportalen etwa Yameda, Focus Online, Finanztip oder mit Service-Seiten der Krankenkassen und Verbände der Leistungserbringer mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Jedoch gibt es Lücken in der Verknüpfung der Informationsangebote sowie mangelnde, griffeste Kriterien für die Verbraucher, um die Qualität der Angebote rasch einordnen und vergleichen zu können. Was sieht der Koalitionsvertrag vor? Im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampelregierung findet sich, wie schon in den Koalitionsverträgen der vorangegangenen Legislaturen, ein Bekenntnis für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und eine menschliche und qualitativ hochwertige Medizin und Pflege. Es wird der Aufbruch in eine moderne, sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik versprochen. In einer regelmäßig fortgeschriebenen Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen soll ein besonderer Fokus auf die Lösung von Versorgungsproblemen und die Perspektive der Patienten und Versicherten gesetzt werden. Konkret werden Vorgaben für Mindestkriterien zur Service- und Versorgungsqualität der gesetzlichen Krankenkassen genannt. Darüber hinaus sind Patientenlotsen wie niedrigschwellige Beratungsangebote, zum Beispiel Gesundheitskioske, in benachteiligten Kommunen oder dem ländlichen Raum genauso angedacht, wie das Aufgehen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, in ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Daraus ergeben sich viele Anknüpfungsmöglichkeiten für eine verbesserte Qualitätstransparenz. Wir haben eine gute und stabile Gesundheitsversorgung in Deutschland. Sie gewährt jedem Bürger, jeder Bürgerin gute medizinische und pflegerische Versorgung. Und dennoch gibt es vieles, was wir verbessern können und verbessern wollen. Wir werden zum einen die entsprechenden Lehren aus der Pandemie ziehen und unsere Versorgungslandschaft weiterentwickeln. Die Bundesregierung wird unter anderem eine moderne, sektorenübergreifende Versorgungslandschaft etablieren und den Krankenhaussektor und die Notfallversorgung reformieren. Qualität und Transparenz sind wichtige Bausteine für die Zukunft unseres Gesundheitswesens. Jede Bürgerin und jeder Patient muss und müssen sich darauf verlassen können, eine sichere und bedarfsgerechte Behandlung zu erhalten, die den aktuellen wissenschaftlichen Standards entspricht. Und dies unabhängig von Wohnort und dem jeweiligen Versichertenstatus. Das A und O für eine gute Versorgung sind verständliche Informationen über die Behandlungsoptionen, eine transparente Dokumentation der erbrachten Leistungen und eine bessere Vernetzung der Leistungserbringer. Alle Akteure in unserem Gesundheitssektor sind gefordert, unser Gesundheitssystem gemeinsam weiterzuentwickeln im Sinne der bedarfsgerechten und innovativen flächendeckenden Versorgung. Ich freue mich auf die politische Begleitung dieser wichtigen Reformprozesse. Das Problembewusstsein ist vorhanden, der Handlungsrahmen abgesteckt. Entscheidend wird sein, welche Antworten gefunden werden, um eine zukunftssichere Qualitäts- und Transparenzstrategie zu implementieren. 25. Plattform Gesundheit Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen Zwischen Wunsch und Wirklichkeit